Ja, hallo, guten Tag. In diesem Vortrag geht es um Pluggable Databases. Man hätte den Vortrag auch Multi-Tenant Option nennen können, denn im Endeffekt beinhaltet es das Gleiche. Ich erzähle zuerst etwas zu unserer Firma, die inzwischen Logicalis heißt. Ich bin jetzt in Forsa von Logicalis. Wir haben Niederlassungen in Deutschland, in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart. Ich bin circa 300 Mitarbeiter und ja, 930 Kunden im privaten und öffentlichen Bereich. Das Wichtigste für mich an der Stelle ist natürlich unsere eigene Practice. Wir sind seit über 20 Jahren Oracle-Partner, sind Platinum-Partner und sind auch Cloud-Managed-Service-Partner und haben eine eigene Exhalator-Testmaschine. Also wenn jemand mal Exhalator testen möchte oder aber FDLRA vertesten möchte, der könnte mit unserer Maschine Box machen, wenn er möchte. Wir sind zertifizierter Oracle Exhalator und FDLRA Installation Configuration Partner und da sehr basiert mit unserem Team. Wir haben Cloud-Credits für Cloud-Box, der Interesse hat und wir haben ein eigenes Team für LMS. Und ja, zur Agenda. Ich erzähle erstmal allgemein die Architektur von der Multitenant Option, dass man also CDBs und PDBs hat. Was ist das überhaupt? Wie sieht das aus? Dann die Änderungen für User und Rollen und Rechte, die mit dieser neuen Architektur verbunden sind. Dann noch ein Spezialfeature ab der Version 12.2, die Lockdown-Profiles, um halt Security zu implementieren in dem Umfeld. Dann in dem nächsten Punkt, wie man PDBs erfolgt. Und dann komme ich zu den Upgrades und Migrationen mit Plugable Databases und zuletzt dann noch, wie sieht das im HA-Umfeld aus. Ich habe einige Folien und Bilder, die von Oracle, aus Oracle-Präsentation oder aber aus der Oracle-Dokumentation übernommen sind. Und nur so zur Endkung. So. Container-Datenbanken und Plugable-Datenbanken. Also Container-Datenbanken sind CDBs und Plugable-Datenbanken und Databases sind PDBs. Das Ganze gibt es ab der Version 12.1. Man muss sich das so vorstellen, man hat einen großen Container und dort kann man viele PDBs einhängen. Oracle, ich stelle das immer sehr gerne bei diesem USB-Stick-Port zu sagen, ein Plugin dar. Man hat also einen großen Container, eine Maus hier, die nennt man Root. Der hat den Namen CDB-Dollar-Root immer. Dann hat man eine Sieb-Datenbank. Ich höre sehr laute Hintergrundgeräusche. Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen, aber von mir sind sie nicht. Gut. Man hat eine Sieb-Datenbank, praktisch die Quelle, die für alle Plugable-Datenbanken auch als Basis liegen kann. Und die heißt PDB-Dollar-Sieb. Die wird beim Anlegen der Datenbank automatisch mit erzeugt. Und dann kann man 1 bis 252 oder aber auf extra Data mit der Version 12.2 auch über 4000 Plugable-Databases haben. Wie war das vor der Version 12.1 aus? In dem Moment, wo man konsolidieren wollte, konnte man entweder viele Schemata in eine Datenbank packen. Man musste aber aufpassen, wenn man gleiche Public Synonyme zum Beispiel hatte aus den verschiedenen Datenbanken oder Rollen oder Ähnliches. Also in dem Moment, wo zentrale Objekte wiederverwendet wurden in den einzelnen Datenbanken, gab es da Probleme. Daher wurden oft mehrere Datenbanken aus einem Server genommen, um mehrere Applikationen... Entschuldigung, könnte jederjenige den vielleicht in Mute einstellen? Ich höre gerade die Tis-Tasten. Irgendjemand hat mich auf Mute. Okay. Danke. Also wenn man mehrere Datenbanken auf einem Server hat, um die Malanzenfähigkeit zwischen den Datenbanken zu wahren, gibt es halt ein Overhead. Man hat viele Hintergrundprozesse, die gedoppelt sind. Man hat Memory-Bereiche der einzelnen Datenbanken, die nicht geshared werden. Und man hat vor allem den ganzen Datenbankkörnel doppelt vorhanden. Also alle internen Views, praktisch der ganze... Alles, was die Datenbanksoftware ausmacht, innerhalb der Datenbank, ist in jeder einzelnen Datenbank doppelt vorhanden. Dann gab es mit der Version 12.1 natürlich als erstes, ist aber nicht mehr supported, mögliche Aufbauten, dass man sagt, okay, wir machen nach wie vor eine Standalone-Datenbank, die heißt Non-CDB. Weil diese Architektur zukünftig duplicated ist, ist sie also inzwischen mit einem eigenen Titel versehen. Mit der Version 12.2 wird sie aber noch unterstützt. Man kann also nach wie vor klassische Datenbanken aufbauen und das wird auch noch für die Version 18c, die eigentlich nichts anderes als eine 12.202, oder für die Version 19c, die der Version 12.203 unterliegt, auch so sein. Dann gibt es eine Single-Tenant, die also einen Container hat, die CDB-Root, dann eine Quell-Datenbank, die CDB-Seed und eine einzelne Pluggable-Database, CDB-1 an dieser Stelle. Dann gibt es Multi-Tenant, die mehrere Pluggable-Databases haben kann, 252 im nicht-extra-Data-Umfeld oder Supercluster oder der Cloud und in der Cloud mit der Version 18c inzwischen über 4000. Die zugrunde liegenden Lizenzbedingungen sind die Standalone, so wie immer, wie gehabt, keine extra Lizenz notwendig. Single-Tenant ist auch keine extra Lizenz notwendig. Geht auch mit Standard-Edition und Enterprise-Edition und Multi-Tenant braucht die Multi-Tenant-Option. Und benötigt, weil es eine Datenbank-Option ist, eine zusätzliche, die braucht die Enterprise-Edition, wie alle bis auf WAC, alle Datenbank-Optionen. In dem Umfeld, um das mal zu verdeutlichen, haben wir also die Non-CDB, praktisch Mandanten-fähige Architektur mit drei einzelnen Datenbanken. Jede Datenbank hat also ihren Datendepot, hat entsprechende CPU-Ressourcen, hat Memory-Ressourcen und hat seine Hintergrundprozesse, die laufen. Für jede Datenbank einzeln. Man hat also drei Data, also nein, Database war das ein falsches Beispiel, drei Archiver-Prozesse oder alles sind drei P-Mons, drei S-Mons, alles einfach entsprechend häufig, was natürlich Ressourcen bindet. Beim Wechsel auf die Multi-Tenant würde man für die drei Datenbanken über die Verwaltung der Container-Datenbanken nur noch einmal zentral CPU-Ressourcen nutzen und auch zentral die Memory-Bereiche und das dann für die einmalig vorhandenen Hintergrundprozesse entsprechend nehmen. Was ist das Zentrale an der Stelle? Eine CDB nutzt praktisch die SGA zentral. Man hat also den Shared Memory und die Prozessspeicher dann auch alles über die CDB verweisen. Man hat die Hintergrundprozesse zentral über die CDB verweisen. Der Datenbankkörner ist nur einmal vorhanden in der Root-Datenbank. RIDO-Log-Dateien und Archive-Logs werden auch auf Root-Ebene verweitet und angelegt. Und eine Maus hier. Der System-Table-Space und der Android-Table-Space ist mit der Version 12.1 nur in der Root vorhanden. Und, nein gut, man hat den System-Table-Space mit allen Inhalten aller Plugable-Databases und der Root-Datenbank einmal zentral. Und man hat mit 12.1 nur einen Anlauf. Man hat die Kontroll-File-Verwartung über die Container-Database genauso wie die Parameter-Files, wie das SP-File. Man hat auch das Change-Tracking-File nur auf CDB-Ebene und das Wallet auch. Und in der CDB werden verwaltet die Common-User. Da komme ich dann später drauf rein, denn die zentralen kommen Rollen und die kommen Rechte, also Privilegien. Eine PDB hat jeweils einen lokalen System-Table-Space, wo dann die Objekte der PDB verweitet werden. Hat einen eigenen System-Sys-Org-Table-Space. Kann einen eigenen Temp haben. Muss nicht. Macht es aber einfacher. Hat seine eigenen Applikationsdaten. Die sind niemals in der CDB. Haben dort auch nichts zu suchen, sondern die sollten in der PDB sein. Ab der Version 12.2 kann man einen lokalen Anruhe haben. Wofür man den braucht, erzähle ich dann später. Und ab 12.2 kann man das Ressourcen-Management auf Pluggable-Database-Ebene einrichten, dass man sagt, man hat eigene Parameter für Memory oder für CPU oder für I.O. Das erzähle ich später auch noch was zu. Und pro Pluggable-Database hat man lokale User, deren Rollen und deren Rechte. Charactersets. Ab der Version 12.1.2 gab es für die CDB nur ein Characterset, auch für alle Pluggable-Databases. Und zwar wirklich nur das der Containerdatenbank. Wenn man sich also für die Containerdatenbank für ein Characterset entschieden hat, müsste das auch das gleiche Characterset sein, was die Pluggable-Databases haben. Ab der Version 12.2 ist das nicht mehr so. Die Containerdatenbank muss den Multi-Bild-Characterset AL32 UTS 8 haben. Und die PDBs können unterschiedliche Charactersets haben. In dem Moment, wo man jetzt PDB-übergreifend irgendwas selektiert, da komme ich nachher auch noch in einem Nebensatz zu, dann werden die Daten in Unicode dargestellt. Das ist eine Sache, die muss man sich, also einfach in dem Moment, wenn die Charactersets der PDBs unterschiedlich sind, einfach nur zur Info, dass man, wenn man PDB-übergreifend abfragt und die unterschiedliche Charactersets haben, dass man da eventuell Probleme haben kann mit der Darstellung. Dieses ganze Universum der Pluggable-Databases ist sehr schön in diesem Bild dargestellt. Es gibt einen YouTube-Film von Jean-François Verrier für der Multi-Tenant Option. Für den Interessierten, der sich das auch in Ruhe nochmal aus einer anderen Sicht anhören möchte, der sollte sich diesen Film anschauen. Und dieses PDF an der Stelle, ja, früher gab es immer diese schönen Oracle-Poster, das ist definitiv ein Kandidat dafür. Also man hat auf der CDB-Instant seine Background-Prozesse und hat seine SGA, sein Wallet, das Alert-Mock, das SP-File, seine Vordergrund-Prozesse. Der Listener verwaltet sowohl die CDB-Instant und die einzelnen Pluggable-Databases. Dann hat man in der Root-Datenbank natürlich seinen DIN-Körner, alle Dictionary-Objekt-Definitionen, die Metadaten, dann die Objektdaten an sich und in der Seed hat man praktisch eine klonbare Datenbank-PDB und dann hat man seine Applikations-Datenbanken einzeln. Die Files der Root, Zentral, die Control-Files, die Redo-Log-Files und die Flashback-Logs, Archive-Redo-Logs und Change-Checking-Files. Das ist mal so grob, dass man so ein bisschen einen Überblick hat, ich gehe jetzt noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Dinge ein. Wenn man eine Datenbank anlegen möchte, eine Container-Datenbank, dann ist es fast genauso wie sonst auch. Das, was zusätzlich dazu kommt, ist, dass man dieser Datenbank beim Anlegen sagen muss, dass sie Pluggable-Databases enablen soll und dass sie den Namen der Container-Datenbank, die er für praktisch die Daten, der Name, der für die Container-Datenbank genommen wird, dass der ersetzt wird, dann durch PDB-Seed, damit man dort entsprechend für die PDB-Seed einen eigenen Pfad für die Diner-Files hat. Local-Undo kann man beim Anlegen der CDB einrichten. Dann ist es auch direkt in der PDB-Seed gesetzt. Man kann es aber auch nachträglich aktivieren. Man kann hier über diese Abfrage prüfen, ist Local-Undo gesetzt oder nicht. Wofür braucht man Local-Undo überhaupt? Für alles, was mit Hochverfügbarkeit in dem Umfeld zu tun hat, indem man halt Hot-Cloning macht oder eine Relocation, da erzähle ich nachher was zu, oder aber eine Proxy-PDB benutzt. Das sind alles Features ab 12.2. Ich werde nicht auf alle Features der Multi-Tendent-Optionen hier eingehen können. Dafür reicht die Zeit nicht von einer Dreiviertelstunde. Das heißt, Proxy-PDB gehe ich zum Beispiel nicht drauf ein und Application-PDB ist auch nicht. Wofür braucht man das Ganze? Mit der Multi-Tend-Optionen hat man also eine mandantenfähige Lösung, dass man mehrere Datenbanken innerhalb einer Containerdatenbank nutzen kann. Und das ist also ideal, um mehrere Datenbanken zu konsolidieren. und es hat ein paar nette Nebeneffekte, nicht nur, dass man Systemressourcen spart, ein CPU, Memory oder aber beim Backup der Datenbanken, weil man halt den Kernel nur einmal sichert und nicht mehrfach. Es hat auch den Vorteil, dass man zum Beispiel schneller patchen und abwägen kann. Und wenn man zum Beispiel die ganze Containerdatenbank patcht, dann ist es egal, ob die viele PDBs hat, mit 12.1 würde man die ganze Containerdatenbank und implizit alle Pluggable Databases in einem Schwung patchen. Ab 12.2 kann man das feiner granulieren, was man wann patchen möchte. Und zum anderen kann man auch schneller upgraden, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt ein Ausstecken meiner Pluggable Database aus einer Containerdatenbank der Version 12.1.2 und ich hänge die dann in die Version 12.2.1 ein. Und da muss man zwar noch ein paar Nacharbeiten machen, da komme ich später noch zu, aber es ist trotzdem viel schneller, als eine ganze Datenbank zu upzugraden. Der CAD-Upgrade ist schneller in dem Moment, wenn nur eine PDB betrachtet wird, weil sie weniger Systemobjekte hat. Die ganzen Datenbank-Optionen werden zentral größtenteils über die Containerdatenbank verwaltet, wenn eine Pluggable Database noch zusätzliche Positionen enthält, dann würde der CAD-Upgrade sich darauf mehr oder weniger konzentrieren, aber der meiste Upgrade-Teil würde schon beim Patchen oder Upgrade der Containerdatenbank vorgenommen werden. Mit 12.2 gibt es nette Features beim Upgrade. Zum einen mit 12.1 macht man einen Upgrade, indem man das CAD-Control Perl-Skript aufruft. Gut, mit 12.2 hat Orakel gesagt, okay, war anscheinend für manche Leute zu schwierig oder zu kompliziert, deswegen haben sie einfach einen Shell-Skript DB-Upgrade eingeführt, was das gleiche macht, was im Endeffekt wieder das Perl-Skript. Man kann priorisieren, über eine Prioritätsliste, dass man sagt, okay, ich mache erst mal eine Container und meine Seed-Datenbank beim Upgrade und dann habe ich meine zentrale PDB und dann habe dann würde ich erst die zentralen PDBs mit upgraden und die würden dann auch geöffnet werden, wenn sie fertig sind. Das heißt, die Downtime an sich für die einzelnen Plug-Bug-Databases wäre niedriger, wenn sie vorne in der Prioritätenliste sind. Zum anderen kann man auch noch Upgrades emulieren, indem man die Option minus E mitgibt, das ist, um zu schauen, wie lange braucht es, gibt es eventuell irgendwelche Probleme, das ist ganz schick. In dem Moment, wo man jetzt also einen neuen einer eigenen Architektur gibt es auch mehr Views. Das heißt, wir haben normalerweise für die User-Objekte alle mit User-Unterstrich, wie immer, alle Objekte des aktuellen Besuchts, die zugänglich sind, mit dem All, die DBA-Views einer Container- oder Plug-Away-Database, aber wenn man alle Objekte sehen will einer Container-Database, dann kann man die CDB-Views abschragen. Aus der Container-Datenbank, das ist sehr gut. Welche Datenbank-Views gibt es da? Also zum einen in der Orakel-Dokumentation, in der Referenz steht das sehr schön drin, aber man kann das auch schnell nachschauen, indem man einfach auf die Views geht, die alle mit CDB anfangen. Beispiele, CDB-PDBs zeigt alle Plug-Able-Databases einer CDB an, CDB-Tablespaces zeigt alle Tablespaces einer Container-Datenbank an, auch aller Plug-Able-Databases, dann gibt es CDB-Users, alle User, die in der Container-Datenbank vorhanden sind, alle Common- und Local-User, wo ich da gleich noch drauf eingehen werde, und in dem Moment die Dictionary-Views, die innerhalb der CDB abgefragt werden können, sind halt die, die mit dem DBA-Prefix vorhanden sind. Wie ist das Handling einer Verbindung? Die Container-Datenbank ist eigentlich im Endeffekt so wie die klassische Datenbank auch. Man kann sich über SQL-Plus slash assist DBA lokal vom Server aus verbinden oder über den Listener, das ist alles wie gehabt. Zu einer Plug-Able-Database kommt man nur über den Service, über den Listener sozusagen und man gibt den Service halt hier beim Login mit an oder aber gibt es ein extra Feature, dass man eine Umgebungsvariable setzt, hier zum Beispiel für Linux oder Unix und dann kann man aber nicht mit SQL plus slash assist DBA sondern man muss schon sys slash password assist DBA entsprechende Skript-Streuerung machen, wie sie vorher auch war. Wenn man innerhalb der Datenbank ist, dann kann man zu den einzelnen Containern wechseln, indem man einfach ein alter Session-Set-Container macht, dann wählt man entweder die Plug-Able-Database aus und die man möchte oder aber den Boot-Container. In die Seed kann man nicht wechseln, die ist eigentlich per Default immer Read-Only geöffnet, man kann auch in die Seed wechseln, aber sie ist Read-Only geöffnet, weil sie eigentlich nur als Datenquelle dient. Hier hat man mal so ein Bild und so ein paar Gefähle, die man dann in dem Umfeld gut gebrauchen kann. Man hat also bei allen CDB-Views oder auch bei vielen DBA-Views hat man eine Container-ID mit dabei, die sagt, okay, in welchem Container ist denn was oder für welchen Container ist etwas wie gesetzt. Wie zum Beispiel vorhin das Beispiel mit dem CDB-Data-Files oder CDB-Tablespaces, da würde man dann entsprechend anhand der Container-ID dann auch sehen, okay, welche Files oder welche Tablespaces sind in welchem Container vorhanden. In V-Dollar Containers bekommt man dann die Übersicht, okay, die Seed ist Read-Only geöffnet, die Route sollte Read-Write geöffnet sein und die Pluggables entsprechend auch. Parameter kann man ändern, entweder für alle Container oder aber für den aktuellen Container und eine Pluggable Database öffnen, also entweder man connectet sich mit der Datenbank, mit der PDB direkt, dann kann man ganz normal ein Shutdown, Startup und ähnliches machen, wie vorher auch, oder aber man macht das von der CDB aus und verwaltet die Datenbank, indem man alter Pluggable Database Befehle benutzt, indem man sie dann Open oder Startup oder Shutdown darüber macht, oder besser gesagt Close, Close, Open, das ist die Befehle an der Stelle. Wenn man eine PDB, also nein, wenn man eine Containerdatenbank hochfährt, dann sind per Default die PDBs eigentlich nur Read-Only geöffnet. Wenn man dann die Pluggable Database öffnet, kann man diesen Status, dass sie immer offen sein soll beim Start, speichern, indem man die Option Save setzt. In der View DBA PDBs Save States kann man dann sehen, okay, welche Stati habe ich denn jetzt für meine PDB gesetzt. Was kann man noch nutzen, in dem Moment, wo man gleiche User in verschiedenen Pluggable Databases hat, kann man, wenn es nicht rechtemäßig verhindert ist, mehrere, praktisch die gleiche Tabelle von Scott, die Tabelle M, in mehreren Containern in einem Schwung abfragen. Kann auf jeden Fall nützlich sein. Dann gibt es noch ein Feature ab 12 2, dass man sicherstellen kann, dass keine Multi-Tent-Option genutzt wird. Wenn man also eine Single-Tent-Datenbank hat, weil man schon eine neue Technik probieren möchte und damit arbeiten möchte, aber sicherstellen möchte, dass man keine Datenbank-Option lizenzieren muss, zusätzlich, dann kann man innerhalb der Plugable Database der einen, die man hat, kann man die Anzahl der maximalen Plugable Databases auf ein und dann können nicht mehr Plugables geöffnet werden. Man bekommt dann diese Uhr-Meldung. Ich habe natürlich hier an der Stelle nicht meine Notizen gut, dann das Resource Management mit 12.2 lässt sich jetzt auf der PDB-Ebene setzen, dass man sagt, okay, von den 10 GB der SGA-Target der Containerdatenbank kann ich an der Plugable Database PDB1 nur 1 GB geben. Ich gebe ihr ein paar Cache Buffer Cache und passende Shared Pool und auch die TGA lässt sich darüber limitieren. Man kann auch die SGA auf ein Mindestlevel setzen, dass also eine Plugable Database PDB1 nicht unter einer SGA von einem Gigabyte zum Beispiel sich verkleinern lassen soll. IO lässt sich steuern über die maximalen IO Prozesse per Second oder aber über den maximalen Megabyte die per Second abgesprochen werden. Ja, und die CPU Count, man hat normalerweise bei 12.1 hatte man den CPU Count für die ganze Containerdatenbank, konnte man setzen, und bei den Plugable Databases ab 12.2 lässt sich dann sagen, wie viele CPUs die dann entsprechend nutzen können. Das ist aber für Datenbank Optionen, soweit ich weiß, rechtlich nicht binden, das heißt, man muss schon die ganze Datenbank contain, das ist halt kein Part-Partitioning oder keine Partitionierung, die dort genutzt wird, sondern einfach nur eine Ressourcen zuweisen. Wenn man wissen möchte, welche Parameter gibt es denn auf PDB-Ebene, die ich ändern kann, dann kann man entweder die V$ Parameter View abfragen und schauen, in der Spalte ist PDB Modifiable True, oder aber ich schaue innerhalb der PDB V$ System Parameter, wie ist dann was für mich gesetzt, und man kann in der Route gucken für die Container ID der Plugable Database. Die man betrachten möchte. Im nächsten Abschnitt geht es um User und Rechte, die mit dem neuen Multi-Tent Option eingeführt wurden. Was hat sich geändert? Es gibt ein mehr man datenkundfähiges User-Konzept, dass man also einzelne User hat, die in den Plugable Databases vorhanden sind. Hier zum Beispiel jeweils den Scott und den Hugo. Die können aber auch unterschiedliche Rechte haben. Dann habe ich den Boss, der darf überall hin, das ist ein Common User, der darf sich sozusagen in jede Plugable Database verbinden. Den Sys gibt es wie gehackt und dann gibt es auch noch einen Admin User. Diese Common User, die hier auf dem Admin User sind, über ein Präfix gekennzeichnet. Der ist per Default chashash, damit klar ist, chashash ist ein Common User. Für die Rollen geht das Gleiche. Alles, was mit chashash anfängt, ist entweder ein Common User oder eine Common Role, die für alle Datenbanken, alle Plugable Databases einer Container Datenbank Zugang haben, überall vorhanden sind. Common Roles können aber in einzelnen Plugable Databases unterschiedliche Rechte beinhalten. Also Common User sind in allen Containern gleich. Sie werden in der Route angelegt. Wie gesagt, mit chashash ist der Default als Präfix. Sie haben lokal oder für alle PDBs Rechte und Rollen und man kann sich an allen Plugable Databases anmelden. Die kann man von so einem Common User die Passwörter ändern, indem man entweder sagt, okay, ich mache es für Container All oder aber man sucht sich den Container aus, für den man seine Anpassungen machen möchte. Also alter Session set Container All set Container CDB Route Ich wechsle also in Route und dann kann ich Entschuldigung Ich kann über den User Sys kann für den User Sys das Passwort für alle Container gleichsetzen und ändern. Dementsprechend kann ich dann auch Common Usern für alle Container Rollen oder Privilegien vergeben. Ich kann nicht mehr hier mit meiner Maus noch herzum wechseln die Co nennen wird. Mit 12.1 gab es ein Problem das ich reingerauscht bin dass zum Beispiel der Subject User Perstatt sich nicht anlegen ließ weil er ja nicht diesen Präfix im Namen beinhaltet. Wenn man den jetzt versucht in einer Plugable Database anzulegen wurde diesem User auch eine Rolle eine Common Rolle zugewiesen und die darf aber nur einem Common User zugewiesen werden hat man zwei Möglichkeiten entweder legt man einen anderen User als Perstatt an und versucht darüber den Rollout oder aber wenn man das empfiehlt einen lokalen User in einer Plugable Database anlegt dann geht das mit den neueren Patches steht auch genau in dieser Mos Note drin dass man einfach das SP Create Skript ausführen lässt aber in dem Moment wo man den ORA 65 040 hat kann man sich behelfen indem man den Hidden Parameter Oracle Script setzt und auf True und dann kann man Dinge tun die man sonst nicht tun kann dieser Rockaround funktioniert übrigens auch für andere Dinge wenn man mal danach sucht im Internet findet man einige Blogs die das für diverse Anpassungen nutzen aber sollte man auffassen was man macht ist nicht unbedingt support haben wir natürlich viele Datenbanken viele Plug-in Databases mit Rechten die alle innerhalb einer Container Datenbank sind vielleicht möchte man dort Limitierungen haben Zugriffsbeschränkungen einführen und dann kann man das mit Lockdown Profiles machen man kann zum Beispiel auf Altersystem Limitierungen setzen dass man sagt okay ich lege ein Lockdown Profile an und sage ich disable Altersystem Befehle in diesem Lockdown Profil und dann erlaube ich nur Zugriffe über das Statement Altersystem Crushed Pool kann man feingranular machen in der Dokumentation in dem Administrator Guide stehen da und im Security Guide stehen da einige Beispiele vor allem im Security Guide steht auch was sich alles ändern lässt fehlen und welche Packages für den Netzwerkzugriff zum Beispiel eingeschränkt werden können UTFile 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 SNMP und so weiter in der Plugable Database kann man dann dieses Lockdown Profile aktivieren über den PDB Lockdown In- und Ura Parabiter den man dann das Lockdown Profile zuweist über die View DBA Lockdown Pro falls kann man dann schauen was ist in meiner Datenbank gesetzt und kann entsprechend die Profile verwenden Ach genau in der SQL Language Reference da stehe ich ich habe gerade nochmal hier in meinen Notizen geguckt in der SQL Language Reference steht drin welche Statements welche Features dort enabled werden können bei den Datenbank Optionen sind das aktuell nur Partitioning und Advanced Turing es ist aber mehr vorgesehen gut wie bekommt man jetzt die Pluggable Databases man kann wie vorhin schon erwähnt aus der Sieb Datenbank die ihren eigenen Set von Datenbank Files hat eine neue Pluggable Database erzeugen die dann aber leer ist das funktioniert über Create Pluggable Database man gibt dem ganzen beim Anlegen einen Admin User mit der auch seine Rolle dann entsprechend Initial bekommt und man sagt nur nach Feineben Convert okay meine Files sind nicht im Verzeichnis PDBC sondern PDB1 passend zu Pluggable Database die ich hier anlege die ist dann aber leer initial das heißt gefüllen würde man die dann über die klassischen Mechanismen dass man Data Pump nutzt oder dass man Transportable Table Spaces oder SQL Loader oder Create Table Select also da hat man die üblichen Datenbank Methoden zur Verfügung um die PDB zu befüllen wenn man aber jetzt eine Pluggable Database hat die neu verteilt werden sollte und geklont werden sollte sinnvoll für Testumgebung zum Beispiel für Entwicklungsumgebung dann kann man die Pluggable Database mit 12.1 würde man sie nach Read-Only setzen müssen und mit 12.2 kann man wenn man lokalen Undo verwendet kann man dann auch die Pluggable Database rüber kopieren in eine neue PDB neue Features mit 12.2 sind auch dass man Parallelisierung anstellt und dass man sagt okay ich möchte nur die Metadaten der Pluggable Database 1 in die PDB 2 überführen das heißt die Applikationsdaten sind alle gar nicht mit drin vorhanden ist auf jeden Fall sehr sehr nützlich und ich selbst würde empfehlen dass man auf jeden Fall mit der Version 12.2 oder 18c was ja eine 12.2 ist mit dem Plugable Database anfängt weil 12.1 viele Dinge noch nicht so gut ließen Upgrade und Migration wenn man also eine PDB migrieren möchte kann man zum Beispiel ein Upgrade implizit ausführen dass man sagt okay ich habe eine Containerdatenbank der Version 12.1 und ich hänge die jetzt in einer Containerdatenbank der Version 12.2 0.1 ein dann ist der Upgrade Prozess deutlich kürzer weil hier der Kernel der Version 12.1 0.2 schon hier in der neueren Version vorliegt das heißt die zentralen Elemente auf die die Plugable Database ist die zentrale Datenbank Option und so weiter sind hier alle schon in der neueren Version vorhanden das heißt nur Dinge die die PDB selbst verwaltet würden gepatcht und Upgradet werden die Applikationsdaten sind da ja eh schon ausgenommen es geht dann wirklich nur um den Datenbankkörnel an sich daher ist der Upgrade über diese Methode deutlich schneller um so eine Plugable Database umzuhängen gibt es im Endeffekt die Methode dass man sagt okay wir nehmen die PDB und wir machen die Metadaten alle User Objekte und so weiter die Informationen werden in einem nein das ist gesagt anders die die Informationen welche Files liegen wo was gehört zu meiner Plugable Database dazu die werden in das XML abgelegt und dann kann man dieses XML nutzen beim Einhängen in die Zieldatenbank damit die neue Datenbank sieht okay dort hängen meine Files kann man auch anpassen wenn sich die Pfade ändern das funktioniert ab 12.2 gibt es die Möglichkeit das Ganze direkt in einem Archiv anzulegen zusammen mit den Datenbank Files das spart einem auf jeden Fall dann den Schritt man kopiert nicht nur das XML sondern man würde das ganze Archiv in einem Schritt rüber kopieren und die Files dann auf dem neuen System zum Beispiel eine neue Datenbank oder auf dem neuen Server bereitstellen den Containerdaten der alten Containerdatenbank muss man jetzt die PDB1 natürlich noch rauskonfigurieren und das sollte man mit KeepData Files machen da sonst in dem Moment wo man das nicht angibt die Files gelöscht werden wenn man das jetzt nicht als Archiv angelegt hat dann sind die Files weg das wäre dann an der Stelle sehr schade da muss man sich mit Deckups zuschlagen auf der Zielseite würde man dann die neue Datenbank die neue PDB anlegen entweder indem er das XML ausliest und dort dann die Pfade findet wo seine Fluggable Data Piles liegen oder aber halt über das Archiv da ist ja dann alles in einem zusammen abgelegt und danach kann man dann die PDB öffnen und den Status zum Beispiel speichern wie vorhin schon erklärt ab 12.2 gibt es ein Feature das ist finde ich persönlich sehr cool man kann Datenbanken mit minimaler Downtime umwegen dass man also eine Containerdatenbank hat alt ist aber mir jetzt hier rot dargestellt das sieht man hier das ist natürlich etwas schwierig mal gucken ob ich das irgendwie kann sieht man hier okay in meiner alten also meiner Containerdatenbank CDB1 habe ich eine Pluggable Database die möchte ich umhängen in eine Containerdatenbank 2 dann funktioniert das über den Relocate so dass man einfach nur über einen Database Link sich an die Quellen CDB verbindet und dann über das Anlegen über Create Plugability mit der Option Relocate die Files automatisch hierüber transferiert werden in die neue Lokation abgelegt werden und die Datenbank der neuen CDB bekannt gemacht wird was muss man also selber an den Einzelschritten machen für diese für dieses Feature braucht man einen lokalen Undo für die beiden CDBs und Archive Log Modus muss sein Das kann man initial machen dass man einfach Startup Upgrade sein Local Undo für die CDB aktiviert und den Archive Log Modus einstellt dann braucht man auf der Quell CDB einen Common User mit den entsprechenden Runs welche nötig sind erkläre ich gleich noch kurz was zu auf der Ziel CDB braucht man den Database Link mit dem man sich dann ja verbindet gegen die und mit dem Common User verbindet man sich dann ja hier entsprechend den Database Link an der Quell CDB und dann macht man einfach nur Create Pluggable Database PDB 1 from PDB 1 at remote und dann relocate Der Name muss dabei gleich bleiben Wenn man nur relocate muss wird die Pluggable Database 1 automatisch gedroppt wenn sie offen ist Für bestimmte Netzwerkszenarien kann man die Option Availability Max nehmen Dann ist die Pluggable Database PDB 1 zuerst Ziel PDB Ich muss sie eigentlich blau machen ist dann zuerst Read Only und wird hinterher auf dem Modus Open gesetzt In der nächsten Folie sehen wir was dahinter steckt Und zwar in dem Moment wo man ein relocate macht hat man mehrere Abhängigkeiten Die sind alle ausführlich genauso wie für Hot Clones und weitere Beispiele sind in diesem White Paper dargestellt Welche Abhängigkeiten gibt es Es müssen beide die Quell- und Ziel-Plattformen die gleiche Endiness haben Sonst also ein impliziter R-Mann-Könnenwert oder sowas kann da nicht stattfinden Dann die Datenbank-Optionen der Quell-CDB müssen gleich oder ein Sub-Kit sein von den Datenbank-Optionen der Ziel-CDB Sonst gibt es dort Probleme beim Einhängen Wenn man jetzt einen gleichen Lesner hat für beide Datenbanken für die Quelle und Ziel CDB und PDB dann erfolgt eine automatische Service-Registrierung Dann weiß der Lesner natürlich genau okay ich habe jetzt meine Plugable Data Wails nicht mehr Meine PDB 1 in der neuen Lokation habe ich natürlich umgehängt Das Lesner weiß davon und lenkt dann automatisch alle Verbindungen auf die neue PDB 1 auf die blaue PDB 1 zu Wenn man nicht den gleichen Lesner hat aber einen gleichen Lesner Netzwerk dann kann man über die Parameter Local und Remote Listener die Lesner der jeweiligen CDBs übergreifend bekannt machen und die in einem Lesner Network Parameter definiert dann funktioniert das auch gleich Der Server weiß automatisch Bescheid Die PDB ist jetzt in einer anderen Lokation und er macht ein automatisches Client Connection Forwarding Das heißt der Service wird automatisch umgelenkt Und für den Fall dass man unabhängige Lesner hat die nicht miteinander bekannt sind dann braucht man für das Client Connection Forwarding die Option Availability macht beim Relocate Dann würde initial die Datenbank erst eine Read Only geöffnet werden und in dem Moment wo alle Connections umgezogen sind würde die neue Pluggable Database geöffnet werden Transaktionen die auf der alten PDB noch laufen würden dann wenn sie beendet sind in der alten PDB rüber gezogen werden auf die neue PDB und wenn die noch nicht offen ist dann sind die dort in einem Spinning Mode dass wir halt einfach warten bis die neue PDB offen ist Remote Clone hat ähnliche Voraussetzungen das kann man sowohl für Plugable Databases als auch für Nicht Containerdatenbanken nutzen für eine Nicht CDB müssen Quelle und Ziel eine Version größer 12 1 2 haben frei geht es nicht in dem Moment wo die Quell und Ziel Datenbank im Arcade Log Modus sind geht das Ganze auch mit Read Write Datenbanken in dem Moment wo man sagt okay wenn die beiden Datenbanken nicht im Arcade Log Modus sind dann muss die Quelle Read Only sein Local Ando das Gleiche der muss auch wenn die Quell PDB kein Local Ando einsetzt und die Ziel PDB auch nicht dann muss die Quelle Read Only sein Ich habe wieder über einen Datenbank Link kopiert man muss wieder die gleiche Endness haben auch die Datenbank Optionen müssen wieder zueinander passen mit 12.2 gibt es ein neues Feature da kann man wenn man die Services manuell wenn man Managed Services hat im Cluster Kontext zum Beispiel dann kann man direkt beim Create Plugable Database einen neuen Service mitnehmen und man kann auch dafür sorgen dass dieser Service automatisch gestartet wird wenn die Plugable Database geöffnet wird das ist ganz praktisch dann muss man sich an der Stelle bei dem Hot Cloning nicht weiter um die Dienste kümmern wenn die sich dann der Name des Services ist ändert wirklich das gleiche wie bei dem Relocate bloß die Quelle bleibt weiter bestehen das heißt die Files werden also nicht gebucht sondern sie werden kopiert und ich brauche also wieder meinen User der an der Stelle aber entweder ein lokaler User der PDB sein kann oder einen Common User und er braucht die entsprechenden Rechte die stehen auch in dem White Paper was ich gerade angesprochen habe dann braucht man wieder den Datenbanklink und gute Names Einträge muss man natürlich haben für die Remote Plugable Database oder eine andere Namensauflösung damit das gefunden wird mit 12.1 geht es nur Read Only mit 12.2 mit Local Undo auch hier Read Right was die Quelle Read Right ist Wenn man eine Datenbank also eine neue PDB angeben möchte aus einer Nicht-Container Datenbank dann muss man vorher die Quelle vor dem Öffnen der neuen Plugable Database erst noch konvertieren Das funktioniert über dieses Script Es gibt einige Abhängigkeiten man muss zum Beispiel aufpassen mit Passwörtern die man benutzt als vorher Ich hatte in dem Umfeld User Ich glaube der hat ein Hashing Password drin und dann bekam man die Datenbank nicht auf die hatte dann ein Problem und wenn man die Files nicht irgendwo noch mal gesichert hat dann ist ein Problem Ein Upgrade Ich muss ein bisschen Gas geben Ich stelle gerade fest dass meine Zeit sehr fortgeschritten ist Der Upgrade einer Plugable Database ist eigentlich genau wie ein normaler Upgrade auf man würde aber in dem Moment wo man sie umzieht wie initial in diesem einen Filmchen dargestellt würde man die Plugable Database schließen das XML anlegen wo die Infos stehen wo die Files liegen und dann auf der Ziel Datenbank würde man sie anlegen mit Upgrade Modus öffnen und dann mit dem seit 12.1 vorhandenen Cut CTL Per Script nur die PBB2 über diese Include List mit Parallel 8 Upgrade Dieses Cut Upgrade SQL steht mir in meinem PDF habe ich vorhin gesehen ja dann öffnet man die Datenbank ganz normal so dass es startet sie durch und dann lässt man wie immer sein UTLRP entweder lokal laufen oder man kann die zentrale Administrations Schnittstelle über das Cut Con PL nutzen und das UTLRP für eine oder mehrere Plugable Database ausfüllen die Optionen die es alles für das Cut Con PL gibt findet man in dieser Moss Note und am Ende sollte man noch mit dem Post Upgrade Fix Up Script ausführen um sicherzustellen dass auch alles was vorher als Fix Up Maßnahmen nach einem Upgrade festgestellt wurden dass die dann alle ausgeführt werden HA also High Vendability im CDB oder Multitenant umfällt dadurch dass die Containerdatenbank für alle Fluggable Databases die Redulogs verwaltet sind und die Annotable Space für 12.1 auch zentral verwaltet werden gibt es Rack und Stemper Datenbanken nur für die ganze Containerdatenbank das heißt wenn man eine Datenbank im Rack haben möchte sind auch automatisch alle Plugable Databases da drin im Rack vorhanden und mit den Standbys ist das genauso man kann das neuer weiter einschränken aber beim Rack zum Beispiel kann man sagen okay die Tenden teilen sich mehrere Plugable Databases die Ressourcen einer Containerdatenbank und eine PDB kann über die Cluster Verwaltung dann entsprechend mit ihren Services in ein oder mehreren Rack Instanzen laufen die Services der Plugable Databases kann man in die Cluster mit einbinden und die Plugable Database Services können Server Pool zugeordnet werden und die können dann auch über die Policies verwaltet werden bei DataGuard gibt es eine Mosnode die sehr ausführlich beschreibt welche Impacts es gibt ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was dazu Failover und Switchover gibt es nur auf Container Level mit 12.1 gab es die Standby nur alle CDB alle Plugable Databases auf der Container Ebene ab 12.1 oder 2 konnte man sagen okay ganz oder gar nicht sprich entweder Standby mit dem neuen Standby Parameter ich möchte die Plugable Databases es in allen Standby hinterlegt haben oder aber ich möchte sie in keiner Standby Datenbank meiner Primary hinterlegt haben mehr Info gibt es dann zu diesen Standby Parameter in dieser Musnode und ab 12.2 kann man sagen okay ich möchte meine Plugable Database meiner Primary sozusagen nur in einzelnen dedizierten Standby Umgebungen haben also ich habe drei Standby Datenbanken aber nur in zwei davon möchte ich zum Beispiel in diesen zwei möchte ich nur meine Plugable Database abgelegt haben dann kann ich das über eine Include Liste sozusagen machen oder aber ich sage okay ich möchte meine Plugable Databases in allen Standby haben außer Standby 1 Standby 2 die Datenbank Files der Standby Plugable Database muss vorher kopiert werden dafür müssen die Parameter DB Create File und DB File in den Convert passen also das was im normalen Standby Umfeld auch sowieso konfiguriert wird wenn man Advanced Data Guide nutzt dann mit der Datenbank Option werden dann auch automatisch weil die Datenbank ja dann im Read-Only Modus ist können die Files automatisch auch kopiert werden und den der CDB bekannt gemacht werden also dass sie dann in den zentralen Metadaten der Containerdatenbank bekannt sind wie ist das wenn ich irgendetwas an meiner Containerdatenbank im Plugable Database ändere in dem Moment wo ich eine neue Plugable Database habe und zufüge würde sie auch auf der Standby hinzugefügt werden in dem Moment wo ich die Klone innerhalb einer CDB würde das auch auf der Standby Datenbank durchgeführt werden das geht aber nur mit Advanced Data Guard weil er sonst die Befehle zum Anlegen der Data und der Plugable Database nicht ausführen kann das geht auch nicht für Single Tenant oder Standard Edition weil man ja an der Stelle mehrere Plugable Databases hat und wenn man sagt okay ich möchte gerne eine Plugable Database einhängen von außen in meine Primary dann würde an der Stelle auch automatisiert eine Plugable Database auf der Standby eingehängt werden wenn die Files vorhanden sind diese Sonderbedingungen hat man in dieser MostNote sehr genau erklärt dazu wurden mit 12.2 neue Parameter eingeführt Standby PDB Souls File DB Link wie der Name schon sagt ist das für den oberen Fall dass man sagt okay ich lege in meiner Containerdatenbank ich lege also in meiner Containerdatenbank in meiner Primary eine Plugable Database an dann würde die automatisiert auch in der Standby angelegt angelegt werden wenn ich die über ein Clone anlege dann brauche ich einen Datenbank Link dieser Datenbank Link über den ich das anlege muss der Standby bekannt werden und das kann man über diesen Parameter machen wie gesagt geht nur mit Active Data Guards und die und die Quell muss während des Clonings read only sein so für den Fall dass man sagt okay ich hänge in meine Containerdatenbank von außen eine PDB ein würde sie automatisiert in der Standby auch eingehängt werden wenn die Standby weiß wo sie die Files findet das heißt der Pass zu dem Data Price oder zu einem Offline Backup der Quell Plugable Database würde hier hinterlegt werden wenn man jetzt sagt okay ich möchte gerne Standby haben ich bin auch meine letzte Kuhi knasch durch wenn man also sagt okay ich möchte gerne eine Standby haben für eine Plugable Database ich möchte da eine Lösung haben dann gibt es einen Trick dass man sagt okay ich habe eine Plugable Database die auf einem Standby auf dem zweiten Server kopiert wird und verwaltet wird und wenn jetzt hier die Pluggable ausfällt dann kann ich die PDB weil die Files sowieso schon lokal auf diesem Server zwei vorhanden sind einfach umhängend in eine zweite Containerdatenbank die vielleicht dann auch als Standby in die andere Richtung funktioniert das heißt man hat den Fehler für die Pluggable Database wenig Downtime weil man die Files einfach nicht nochmal kopieren muss man muss einfach nur die PDB über migrieren das war mein Vortrag über Multi-Tendent Pluggable Databases ich hoffe das war soweit gut jetzt wir haben noch Zeit kurze Zeit für Fragen ja vielen Dank Frau Stegger für die interessante und sehr informative Präsentation eine Frage ist in der Tat eingegangen von Herrn Hain create Pluggable DB über welche Zeiten dabei sprechen wir zum Beispiel im Vergleich zu Data Pump auch Remote zum Beispiel per VPN machbar also in dem Moment wo man ja aus einem Seed macht ist das wirklich minimal der Zeit Aufwand weil da ist ja nicht viel an Daten mit drin in dem Moment wo man jetzt einen Clown macht der Pluggable Database oder aber aus einer gleichen Quelle dann muss man die nicht kopieren das geht auch sehr schnell praktisch in dem Moment wo die auf dem gleichen Server liegen man klont die von einer CDB auf die andere Seite dann ist das kein Zeitaufwand in dem Moment wo man jetzt viele Daten transferieren muss dann ist es immer mit wie soll man sagen mit längerem Zeitaufwand verbunden mit Hot Cloning hat man aber an der Stelle keine Downtime größer denn man wie schon erwähnt würde dann die Transaktion ja umgelenkt werden in dem Moment wo die neue PDB offen ist die Verwaltung ist dann bei dem Prozess automatisch würde er also bei dem Relocate beim Clonen in dem Moment wo man es einfach bereit stellt dann würde wenn die neue PDB geöffnet wird kann man den Service ja entsprechend mit rumlegen kann man sich auf der neuen anmelden aber da hängt es immer mit dem Durchsatz des Netzwerkes zusammen und der Datenlänge die man in der PDB transferieren will das lässt sich nicht pauschal sagen gut vielen Dank weitere Fragen sind bis jetzt nicht ich gebe noch meine Informationen an alle durch Frau Steger war so freundlich hat die Präsentation schon zur Verfügung gestellt die ist auch schon zum Webinar hochgeladen die Nachlesemail wird nächste Woche versendet weil die Konfiguration mit der Aufzeichnung immer noch ein bisschen Zeit sind jetzt keine Fragen weiter eingegangen dann würde ich sagen gebe ich das Wort gerne weiter an den Leiter der Datenbank Community Christian Trieb der noch einmal kurz auf die Veranstaltung der Datenbank Community und insgesamt hinweisen möchte so ich schalte Christian auf laut so ja hallo guten Tag meine Damen und Herren ja erstmal vielen Dank Jessica für das sehr informativ sehr umfangreiche Webinar es hat einige auch mir teilweise neue Punkte wieder vor Augen geführt nochmal herzlichen Dank ja damit kommen wir auch zu den zu den Terminen der in der nächsten Zeit das nächste Webinar wird wieder am zweiten Freitag im Monat wie gehabt statt also am 10. August um 11 Uhr dabei wird es um neue Performance Features in der neuen Oracle Datenbank Version 18.10 gehen der Referent wird Christian Antongini sein ja dann möchte ich noch darauf hinweisen auf den DOA Co-Verfügbarkeitstag am 13. September in Hamburg eine Vorortveranstaltung dazu möchte ich Sie gerne herzlich einladen das Programm ist schon online Sie können gucken und bei Interesse sich anmelden ja und dieses Webinar heute zum Thema Plug-in-Database war wie gesagt sehr informativ und wirft natürlich auch noch lässt noch den einen oder anderen Punkt offen und diese Fragen und andere viele andere Fragen hoffen wir Antworten geben zu können auf der DOAG-Konferenz im November in Nürnberg da wird es auch Thema Vorträge zum Thema Plug-in-Database Multi-Tenant-Optionen geben das Programm wird Anfang August veröffentlicht werden aber es steht zumindest beidesgehend fest insoweit kann ich das zumindest sagen dass es zu diesen Themenbereichen zu vielen anderen Themenbereichen Datenbankumfeld interessante Vorträge von sehr guten Referenten geben wird und auch dazu meine herzliche Einladung ja dann bleibt mir jetzt noch übrig auch den Teilnehmern auch meinen Dank auszusprechen ich hoffe es hat Ihnen gefallen wenn Sie Themenreferentenwünsche haben wenden Sie sich gerne an mich ich werde versuchen das entsprechend zu berücksichtigen falls Sie sonstige Fragen zur DOAG haben auch gerne an mich dann nochmal danke Connel für die gute Vorbereitung Organisation und danke Jessica nochmal für das informative Webinar und ich wünsche allen ein schön erholsames Wochenende sonniges Wochenende zumindest hier scheint die Sonne alles Gute bis demnächst auf Wiederhören vielen Dank Christian vielen Dank Frau Steger vielen Dank liebe Teilnehmer ich wünsche allen ein schönes Wochenende und beende für alle das Webinar vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ich wünsche